So, da sind wir wieder. Crystarium habe ich jetzt übrigens schon mal ausgefüllt. Die Platinwaren übrigens, die werden wir auch irgendwann fahren. Die bringen 150.000 pro Stück. Also da werden wir mal gucken, wann und wo fahren. Ich hoffe, ja bald. So, Luftschiff. Ich glaube, es geht jetzt zurück nach Cocoon. Und dann mal schauen, was passiert. Einsteigen. Ja, bitte. Dieses Schiff fliegt nach Cocoon. Können wirklich aufbrechen? Ja. 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 Ich glaube, wir würden nicht gleich kommen. Aber jemanden, ein paar Tage, würde wissen, dass wir versuchen. Ihr Eminence. Es ist Zeit, die Leute erwarten Sie. Und so, wir begrüßen die neue Dorn. Und so, wir begrüßen die Dorn. Und so, wir begrüßen die Dorn des Dornes. 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 Und so, wir begrüßen die Zukunft. Und so, wir begrüßen die Dorn des Dornes. Und so, wir begrüßen die Dornes. Und so, wir begrüßen die Dornes. Und so, wir müssen Sie rejochen die Dornes. Drathletz. Dann sch cai, Dornes streng die Dornen. Wichtig. Wir sollten das abhauen. Intrudern auf der Ressourcen! Puzzle nicht! Hi, da. Schau ihn aus! Oh, ich glaube, wir haben einen gewinnen. Jetzt! Du bist tot! Du bist tot! Take her down! Stop that! I said stop that! Uh-oh! Lock this! Hold up! Take her down! Take her down! Penal! Got you! Odin! Let's go! Let's go! So, direkt im Kampf. Auf jeden Fall, die Zwischensequenz hat schon Spaß gemacht. Also, ne, war schon sehr nett anzusehen. Jetzt müssen wir gegen das komische Viecher kämpfen. Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen sollen am besten. Oh nein, ich wollte dich im Salon machen, verdammt! Ich wollte B machen. Eventuell haben wir jetzt ein Problem? Vor allem, was wollt ihr hier? Oh, ich hab mich noch nicht gelevelt. Haben wir nicht irgendwie Brecher, Verteidiger, Verheerer, Verheerer? Ja, das ist okay. Okay. Tesla-Turbine. Ah! Was auch immer das bringt. Was ist das so? Was ist das so? Franz-Gates? Wie viele kommen durch? Numbers unconfirmed, aber es ist eine full-scale Invasion. Eden ist überraschend. Sie sind überraschend. Sie sind überraschend. Was ist das? Steady, Schutz Eden! Wo sind sie? Sie sind nicht die Schmerzen. Wir sind die Schmerzen. Was sind diese Schmerzen? Ein Armee von Kreaturen attacke die Stadt. Es ist eine Pulse Invasion force. Ihr Eminen, wir müssen Evacuieren. So, Reigns, ist das die Kuckung, die du träumst? Mein träum ist aber ein Falsi's Falsi. Endlich. Das ist ein Idealismus. Defeatet Blood, und es hältst für mehr! Was ist denn da? Was ist denn da? Es sieht aus, dass die Kaffeln ihre Bewegung hat. Es gibt mehr als das. Sie sagen, Eden ist schraubend mit Pulse-Nasties. Fertig aus der Art, ich weiß es. Das ist aus Kontrollen. Was wird passieren mit Kuckung? Es ist alles in der Krieg. Wir haben das gemacht, indem wir zurückkommen? Unsere Tantalus ist die Predigung. Es ist alles wahr. Sein Zukunft stoppt hier. Wir sind diejenigen, die entscheiden, was nächstes passiert. Lass uns gehen. Genau. Okay. Naja, ich glaub mal Bad Parfüm-Belust wird wohl eher Grund dafür sein, dass die Viecher jetzt hier sind. So, ganz kurz wieder das Ding ändern, hier die Kampfmitglieder. Ich will natürlich wieder meine Leute drin haben. Du bist bitte wieder Anführer. Ja. Ach, jetzt muss ich das wieder alles einstellen. Brecher, Verheerer, Verheerer. Ja. Brecher, Verheerer. Verteidiger, Heiler, Heiler, Passt hoch. Manipulator, Brecher. Augmentor. Manipulator, Heiler. Augmentor. Irgendwie sowas. Wird schon irgendwie funktionieren. Vielleicht etwas falsch vorhin gesagt. Gerade eben, von wegen das Kristallium ist nicht komplett gefüllt, sondern von wegen das, also wir haben unsere Kristallpunkte auszugeben. Also komplett gefüllt ist es auf jeden Fall nicht. Da fehlt noch eine Menge. So, ich hoffe mal, ich gehe jetzt richtig. Da ist eine Kugel. Vielleicht sollten wir die mitnehmen. Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass es hier nämlich noch Waffen gibt, die wir brauchen. Ach, es kämpft dann halt gegen uns. So, was gibt es hier? Löwenherz. Hört sich schon mal gut an. Äh, kommen wir auch da vorbei? Nein, natürlich nicht. Hört sich schon mal ein Kreiselchen. So, eigentlich müsste ich sie sogar bekämpfen, weil wegen, äh, ja, Kristallium-Punkte und so. Oh, da kommen unsere Freunde da oben. So, ich weiß nicht. BANG! Oh! This thing? Okay! BANG! You could've won me! That's how they get around, Uncle Coon. That's how light gets around. Let's go. Right. Warum so? Die haben doch, die haben doch ihre Espa. Ihre Dinger. Die können auch fliegen. Zumindest ein paar davon. Eins. Ja, eins. Reicht doch. Gut, kämpfen wir uns mal durch. Ja, geht wie durch Butter. Je nachdem wie stark wir sind, werde ich wahrscheinlich doch noch ein kleines wenig nachleveln. Also wenigstens ein bisschen gillfahrenden, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das müssen wir sehen. Und das Reigns irgendwie tot ist, das glaube ich auch nicht, weil, ich meine, wir haben den schon vorher besiegt und der war trotzdem noch am Leben. Echt toll, die geben Booster. Das bringt ja auch so viel, das ist noch für uns. Benutzen wir mal das Ding. Ich weiß gar nicht mehr, was das macht. Aber es wird uns wohl weiterbringen. Sie sind für den Orphan. Wenn es nahe zu den Falsi-Eden ist, werden sie wahrscheinlich für den Herzen des Sanctum gehen. Right. Und wenn sie es verletzen, dann schlusser Dinge passieren. So lange, Cocoon. Dann besser wir da sind, bevor sie das machen. Ja. Let's move! Hey, hey, hey! Lightning! Mein Level-Partner. Problem bei dem ist, man kriegt nicht wirklich so ganz schnell die Dings hoch. Also vorher, bevor ich den da irgendwie im Schock habe, wird er sich schon heilen. Jetzt nämlich. Wenn selbst hoch ein paar Schläge abkann von dem, dann ist alles gut. Wir werden nicht mehr verletzen. Wir werden nicht mehr verletzen. Richtig, nicht mit so einer Einstellung. Hallo. Nach andere Richtung. Da, wo wir hergekommen sind. Was sagst du? Achso, du willst nicht sterben. Ja, das wollen wir auch nicht. Ich mach mal ein ganz kurzes Päuschen, dann sehen wir uns gleich oder im nächsten Part wieder. Ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, bis dahin. Ciao, ciao!